Oh hallo und hier ist euch willkommen zum Let's Play von Borderlands mit dem Wuhle und dem Irgendwas Hey da Wir haben gerade die Arena geschafft Jawohl und wir machen jetzt weiter auf Level Sergeant Hmm bin aber gespannt ob das bis Admiral oder General geht Ah das ist die Kaustik mit Ja wir sind alle anwesend Geh mal rein wieder raus Vielleicht mehr weiter rein? Jetzt hat's geschaut Oh ich höre schon jetzt Jetbacks Okay das war ja der härteste Gegner aller Zeiten Next 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 Ja ich kann sie nerven Okay das war jetzt nett Nett aber sinnlos Was hast du eigentlich für nen Cooldown bei deinem Togo? Da hinten ist der scheiß Typ wer das Schild runter haut Oh das ist Geld was leuchtet jetzt ohne Waffe Hm das ist ein lustiger Effekt wenn mein Schild unten ist Und wenn er ein Gegner dödst du soll ihr Schild regenerieren Oh das war ein Headshot von mir Okay Oh Chemical Trooper Das sehe ich gar her damit Ja jetzt Oh das ist ein bisschen Fieberbar mor Du musst nur noch nachgehen und geraten. Oh, da liegt viel. Wo ist das direktes Auto hin? Das kommt gleich wieder. Okay. So, das Auto ist kaputt. Könnte es sein, dass das langsamer bisschen viele sind? Ja. Könnte sein. Ja. Nur vielleicht. Ja. Dammit. Ja. 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 Ich bin jetzt weniger. Endlich. Feuer. Das war nur für die Besprechung, aber von mir wäre das wirklich weniger. Das ist wieder ein Portal aufbauen, wenn das auskommt. Wo genau siehst du, dass es weniger werden? In meinem Herzen! Der Lichtiere! Führer! Das Hauptproblem ist, dass der Typ mit Granaten bleibt. Sonst war halt alles in Ordnung. Die Granaten sollen haben von der Cloud. Was es lustig wird? A Badass Royal Guard! Ich guck mich nur hundertprozentig an doch. Alter Schwede, das ist ja immer normal. Jetzt aber. Ja, es wird echt mehr viel ruhiger. Aber noch sind nicht alle Tore offen. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Da ist er. Ja, das ist ja. Das ist Royal Guard. Bisschen gegen Feuer angelegt. Ich bin mit Feuer weg, das selber. Ich bin mit Feuer. Gibt es so nötig. Das trifft nix. Der Lack ist nicht mehr von mir. Oh mein, der Lack ist nicht mehr von mir. Der Lack ist ein Ingenieur, der Lack ist nicht mehr. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Jetzt könnt ihr den Hilfe geben. Cool. Ja, 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 ja. Jetzt überlehr ihn jetzt. Ah, wow. Ich hab getroffen. Hm? Was? Du brauchst meine Hilfe? Ich hab getroffen, das hat mich gewundert. Hm. Das werden... Das werden... Das Hauptdoor ist immer noch zu. So ein Shit, man. Da ist der Gegner. Oh, 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 oh. Boah. Und das war erst Sergeant. Oh, weh. Okay. Bist du bereit für die nächste Runde? Du musst irgendwann eine Granate auftreiben. Bist du bereit für die nächste Runde? Fast. Medal of Duty. Okay. This is it, the final challenge to prove your honor and worthiness to be one of the Crimson Lands. Also wir wollen... Warte, 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 warte. Das ist ein Aufnahme-Retal für die Crimson Lands. Es ist darum geht, tausend andere Crimson Lands zu töten. Ja, Logan. Macht das nicht Sinn? Holen wir uns die Medal of Duty. Ich glaub, das ist eine Anspielung auf Call of Duty, aber ich weiß nicht warum. Das wird doch Medal of Honor sein. Nein, nein, weil es ist äh... Si... äh... Achso, Circle of Duty. The Medal of Duty. Irgendwas mit Duty. Ich bin am Arsch. Irgendwas mit Duty. Der macht gleich einen Foot in der Ecke gerne. Dass man nicht von hinten angegriffen werden könne. Beziehungsweise, was hat denn die Gegend... Ah, da. Ich bin jetzt raus. Auf jeden Fall, wenn es dann... Wenn dann mehr und mehr Portale aufgehen müssen wir... ...schauen, dass wir in der Ecke gehen. So wie wir es jetzt am Ende gemacht haben. Da hat es so gut funktioniert. Und dann haben wir es dann... Oh, Sonnenreppel! Oh... Gernarte... Was soll das denn scherz sein? Ich treff genau nicht. Haben wir wieder ein... ...lein Lag drin? Genau, aber jetzt. Bei den dritten war relativ wenig. So... ist der viel... Nichts auch nur noch so fetter Energiestrahl? Level 4 Elektrik steht. Ah. Ja, dann. Ich hätte dir lieber Feuer nur... ...dass mir der B2. Hm. Ja, aber das ist ja eigentlich nur da... ...elemental Effekt drauf. Das Schaden ist ja... ...normalbedingt. Ja. Ja. Nein, nein, das... ...ich gab's nicht so mit. Das ist so geil, die... ...alle Gegner machen mit meiner... ...mit dem Revolver, gah? Nur die Schocktuper muss mit der SMP. Äh, die Chemicaltuper. Das kann die pflegenchen Typen, oder? Ja, das ist noch nicht offen. Bis jetzt schaut's eigentlich gut aus. Was soll der Scheiß? Ich treffe dann nichts. Und noch sind keine Badass-Typen unterwegs. Wir sollten da mal raufgehen. Ich stanz mich mal durch. Ja. Dann mach ich halt zurück. Dann mach ich halt zurück. Da hab ich für ein Medic-Sun da oben. Jetzt... ...schulde ich aber nicht mehr an meinem Endkurm auf. Nächste Runde bitte. Boah, das ist voll jetzt aber schon nachhaltig. Also sag's mir so, wenn man sich das echt antut... ...mit alle Waffen, die da oben liegen... ...und so Zeugs verkauft... Boah! Das war jetzt keine Anweisung an dir, aber. Ja... Die haben schon viele Waffen. Wie Badass-Packen geht los. Ne, die fern zu mir. Das sind aber schön... Gleichzeitig. Ja. Ich wünsch dir, es ihm geht auch hier keine mehr. Das war jetzt auch nur was da hervorzu. Oh, oh ne. Das Auto ist da. Ich mach das Auto. Nicht mehr auf den Raketenwürfel mit dem fetten Burst Damage. Jawohl, man wirkt super, Alter. Sondergegner. Ah, da vorne. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Alter, könntest du bitte mein Sprachzentrum? Nein. Chemical, juhu. Später ist auch noch. Ja, geil. Hier. Zu mir macht er nix, echt nix. Old Wing. Oh, ja. Die Typen einfach mal fett ignorieren. Spiro-Engineer. Da haben wir ja. Dammit, der hat volle Auskaufen. Nein. Alter, ich brauche Hilfe. Ich komme. Weil da ist kein halber Gegner in der Nähe. Das ist nicht gut. Da wird ein SMG in Arranchen, den muss ich mir nachher holen. Ja. Ja. Ja, Sir. Der f***? Der will ich nicht. Was, da ist ein SMG? Sieg halt mir. Der ist scheinbar alleine. Noch, du kannst dann. Wir brauchen keine Wasser. Der ist bei alle Werte schlecht als meine. So. Ingenieur weg. Schein. Da. I bring you hellfire. Oh ne, nicht schon wieder so ein scheiß badass chemical Typ. Okay, gegen den Piraten macht es nichts. Boah, der Medic hat sie weg. Ich sag es immer so, wo ist der Raketenflitzer? Da ist der Raketenflitzer. Da ist der Raketenflitzer. Ja. Komm da nicht rauf. Dann bitte, die Raketenflitzer sind ja witz. Was? Was ist denn da? Malik. Yes, Sir. Der war jetzt geil. Er stellt seinen Turm auf. Ich schieße einmal auf den Turm. Komm gut. Irror. Und ne, das geht wieder eine Tür auf. Badass Schock für den KabbalCK. Da wird von den Löwen. Bei mir macht der Typ echt nix. Ich finde das so cool, die Badass Typen stellen Türme auf. Boah, oh mein Gott, das war Headshot. Aber das soll das dann mal live ausglauben oder so. Und das nämlich sind ziemlich tot. Aber die, diese SMG auf neuer Distanzen, die stanzt mit dem Feuerwerk bis zur Deppert. Ja. Wenn man nur Sandi macht da hinten, dann stirbt der Baffe. Wo tüft jetzt hier? Da, tüften! Alter, da sind überall Tüften. Sollen ist das Save gewesen bei den Raketenpacks oder wie? Jetzt bei Kick, Raketenpacks, Opferkauf. Alles muss raus. Woaah! Tüften Lancer! Juhu! Trip Cutter vorher. Wut, das Auto ist im Arsch. Ähm nicht mehr hier hinbekommen. Wenn wir es gern zu dann gehen. Oder zu treffen? Ja, auf der Fett. wo bist du da oben ja mann dafür bin jetzt hergerufen da bist du selbst rettet da ist da ist chemical kombi weißt du wie war es das was das was 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 die der der mg macht spaß bist du da ja ich habe noch irgendwo rangen waffen liegen ja wie sind wir ? das ist Geld Wir haben mehr oder weniger alle Quests fertig. Bis auf. Bugged in Rhodes End. Habe ich mir versehentlich rausgebeamt. Bevor ich nachgeschaut habe. Ja gut, dann müssen wir so noch T-Bone, weil das ist in die andere Richtung. Also machen wir den Beam zurück. Schau mal, warte mal. Ich teleportier mich erst einmal raus. Warte mal. Ich zeig dir jetzt nochmal in dem Teil die Quest You Will Die, okay? Okay. Also nicht in dem Teil oder so. Nein, mach mal beim nächsten Teil. Also beim nächsten Teil mach mal You Will Die, dann sterben wir mal und dann gehen wir nach T-Bone Junction und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so machen. Ja. Ja, das war nur noch, bis wir alle da sind. Und dann sagen wir tschüss. Servus. Ja.